herzlich willkommen in der kammer zurück in der kammer des schreckens da wo es schlecht riecht nach alten socken und gebrauchten schlüpfern da sitzt der tommy und arbeitet ja es sind nämlich seine socken und seine schlüpfer die so riechen so ist es ja ich gucke jetzt gerade mal im computer ob sich irgendwas getan hat hier auf den ganzen accounts die man so hat die man so betreut die man betreuen sollte betreuen muss doch immer zwei kommentare instagram ist getan jetzt gucken wir mal ist auf insta insta aber er leuchtet ja wir schnitten rot wort er war keine aufgaben heute also habe ich eine halbe stunde zeit und dann geht man sich abholen dann fahren wir nach tempelhof ja tempelhof und in tempelhof holen wir die mutter ab zu machen brauche ich nicht wirklich nicht ist es gut dass du ihn hast man du bist ja immer vorschriftenmäßig unterwegs ja und ja aber du müsstest du hast wenn du das machst auf einen tag vollen bildungsurlaub anspruch das musste und kann da keiner sagen die faule sauer zählen laden zu und das ist in charlottenburg da fährst du hier mit der u-bahn bis harmanplatz dann richard wagen platz naja ich weiß was schon mal gesagt ja alex und der wolf gehangen so ich muss los ich habe verabredungen mit meiner frau ja die muss zum arzt ich fahr weg ja so weh du hältst du nicht ein alex du musst dich melden bei papa wirklich ja und lauflich digitalisierst du dann privat ich digitalisiere komplett auf update und ich freue mich einfach mal der kann parkplatz bekommt geil das ist hier echt selten ich bin wieder hier in meinem revier war niemals weg und mich versteckt so wir schauen mal ob es was neues gibt wir sind wieder da der arzt meint alles wunderbar auf dem wege der besserung wir möge nicht verzweifeln durch das event event hier gibt nichts neues schade wir haben jetzt gerade mal die matchbox kiste ausgeräumt guck mal so viele autos ja und die kommen eigentlich an hier rein und die bank dass die fährt immer auseinander hier oben weil sich das hier bewegt und je nach da und von dort nach da das werde ich einfach hier ein zweites loch einbohren und eine zweite schraube durch machen muss hier auch da kann ich nicht mehr auseinander gehen die streben können nicht mehr rausfallen ok ja das ist ja hier machen wir mal eine kleine test nicht die fast nicht ich habe hier sind keine bohrer drin ich finde ich nicht der lack machen sieht das aus katzel bist du Was ist das? Hoppistisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, ja und zwar meine Frau. Die hat alles ein bisschen benutzt und nichts wieder zurückgepackt. Nicht gut. So. Ach, das ist verhellert, die Kasselkabelsalat. Gut. Also. Auch heute war nichts weiter los. Katastrophe. Aber so ist das. Da würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Auf alle Fälle. Wo ist denn jetzt die... Achso, hier oben. Ich weiß, da hat es Spaß. Wir sehen uns morgen wieder. Auf alle Fälle. Da würde ich mal sagen, schlaft gut. Bis morgen. 22 Uhr. Ist schon 22 Uhr, verdammt. 22 Uhr. Oh Gott, ey. Ich fange jetzt an zu schneiden. Das gibt es ja nicht. Also bis morgen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.